Und ein Gruß nach Lateinamerika, weil da gucken auch einige zu. Saludos a America Latina! Libertad para Julian Assange! Okay, und ich kann euch jetzt, ich freue mich ganz arg, dass ich euch jetzt Wildrud Rösch-Metzler ankündigen kann, die Geschäftsführerin von Pax Christi, Bühne frei für Wildrud Rösch-Metzler, aber erst die englische Version noch. We are delighted to announce Wildrud Rösch-Metzler from Pax Christi, she's the CEO. Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter hier in Stuttgart und im Netz, Advent im Christentum ist eine Zeit der Wegweisung. Die Schulpastoral einer Berufsschule in Oberursel hatte diesen Gedanken aufgegriffen. Schülerinnen und Schüler sammelten wegweisende und wegbereitende Vorbilder und beschrieben diese. Julian Assange war eines auf ihrer Liste. Er stehe für jemanden, der die Wahrheit will, sagten die Schüler. Das war im Advent 2014. Heute, im Advent 2020, ist Julian Assange Suche nach der Wahrheit ungebrochen. Seine Lage jedoch ist dramatisch. Als Häftling wartet er in England auf einen Prozess. Ein Gericht wird über seine Auslieferung an die USA entscheiden. In den USA droht ihm lebenslange Haft. Nicht, weil er ein Verbrechen begangen hat, sondern weil er bzw. seine Plattform Wikileaks Verbrechen aufgedeckt hat. Julian Assange braucht deshalb unsere Solidarität. Julian Assange darf nicht ausgeliefert werden. Es sind unangenehme Wahrheiten für manche Regierung, darunter auch für den Vatikan, die durch Wikileaks ans Licht kamen und kommen. Spätestens die Bloßlegung von Kriegsverbrechen sollte aber demokratische Staaten aufgerüttelt haben und Justizverfahren in Gang gesetzt haben. Internationales Recht muss eingehalten werden, wenn wir ein einigermaßen gedeihliches Zusammenleben auf diesem Planeten wollen. Wer dieses Recht verletzt, gehört vor Gericht. Das von Wikileaks 2010 veröffentlichte entsetzliche Video Collateral Murder aus dem Irak hat vielen die Augen geöffnet. Westlicher Krieg gegen den Terror kann nämlich bedeuten willkürliches Morden. In den Straßen von Bagdad wurden Zivilisten von einem Hubschrauber ausgetrieben, beschossen und getötet. Wir erinnern uns auch an die Bilder aus dem US-Kriegsgefängnis Abu Ghraib. Entmenschlichende Folter an irakischen Kriegsgefangenen wurde aufgedeckt. Doch statt Mörder und Fölterknechte zu bestrafen, wird nun derjenige gejagt, der die Öffentlichkeit auf die Taten aufmerksam gemacht hat. In der Friedensbewegung in Deutschland, zu der Pax Christi Rottenburg Stuttgart gehört, sind wir dankbar für die Arbeit von Assange und seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Diese Kriegsgrausamkeiten, die durch Wisselblaue ans Licht kommen, müssen wir weiter verbreiten. Sie untermauern Folgendes. Unsere Warnungen vor Krieg sind nicht naiv, sondern realistisch. Kriegsgräuel sind schlimmer, als wir sie uns ausmalen mögen. Rufen wir von Stuttgart aus, die Staaten der Welt auf, die jetzigen und künftigen Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren, wie es in der Charta der Vereinten Nationen heißt. Die Welt braucht Abrüstung statt Aufrüstung. Im Advent 2020 ist Julian Assange ein Wegbereiter. Ein Wegbereiter für die Wahrheit, für die Pressefreiheit, für die Demokratie. Wir setzen uns ein für sein Überleben und fordern seine sofortige Freilassung. Danke. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Advent. Vielen Dank.